Was geht, Leute? Was geht? Ich hoffe, jedem von euch geht es gut. Mir ging es zwei Tage lang einfach nicht so gut. Ich habe einfach Kopfweh gehabt. Ich bin immer noch erkältet. Deswegen habe ich zwei Tage Pause gemacht. Aber trotzdem, wir sind back. Lasst gerne ein bisschen Liebe da. Wir starten auch rein. Let's go! Wie verschiedene Menschen vor der Polizei weglaufen. Der Hektische. Also, ich bin ehrlich mit dir. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin noch nie von der Polizei abgehauen. Wenn die mich gestoppt haben, habe ich auch Stopp gemacht. Aber ich weiß ganz genau, wie ich reagieren würde, wenn ich von denen abhauen würde. Ich sage dir, so wie es ist. Damn! Adrenalin-Kick! Einfach Kratos-Runterbau. Einfach durchziehen. Hey, der Hektische. Hat noch geklärt. Hat noch geklärt. W? Der Geübte. Hey, was macht der? Das muss ja brennen, Alter. Unten an den Waden, oder? Da hast du das gehört? Der hat ja komplett unten die Waden mitgegeben. Kurläufer. Der Parkourläufer. Okay, aber ja, Parkourläufer ganz bestimmt nicht. Hast du mal gesehen, wie die da hochgeklettert ist? Wie eine lahme Schnecke. Dicker, mach Back-For-Front-Flip. Und noch ein Pferd? Wie Pferd? Oh. Wir kommen zu meinem Format Dinge, die ich hasse. Heute Dinge, die ich hasse mit C. Erstens. Dinge, die ich hasse mit C, mit C, mit C. Gar nichts. Cola ohne Kohlensäure. Oh, wie lange steht das Glas Cola denn schon hier? Cola ohne Kohlensäure. Oh, keine Kohlensäure. Ich trinke noch nicht mal Cola. Git. Zweitens. Chili. Du fragst dich, was daran so schlimm ist? Dann ist dir vermutlich das noch nie passiert. Oh, mein Auge hier. Wie isst du dein Döner? Döner mit Schaf oder ohne Schaf? Jo, mit Schaf natürlich. Und beim Döner ist doch Chili drin, wenn Schaf ist. Juckt. Oh, das brennt. Drittens. Spargelcremesuppe. Das fängt mit S an. Das fängt mit S an, genau. S an, das zählt nicht. Da ist ein C drin. Das zählt trotzdem nicht. Aber ich hasse Spargel. Viertens. Da fehlt nichts mehr an. Ich hätte noch eine Idee. Corona-Lockdown. Ich bin introvertiert. Für mich war das ein Segen. Also Corona-Lockdown war schon krass auf eine gewisse Art und Weise, aber... Ja, pff. Nee. Nicht nochmal. Corona-Lockdown? Man soll zu Hause bleiben. Kann sich noch jemand an Corona erinnern? Ja, okay. Dann halt das Ende des Corona-Lockdowns. Das war mies. Was ist denn los? Dann darf das Haus wieder verlassen. Fünftens. Candlelight-Dinner ist vielleicht daran liegt, dass ich noch nie... Nein, warte. Hallo. Der macht mir mal eins. Was ist ein Candlelight-Dinner? Hä? I don't know what it is, man. He he. Wenn du diesen Stein siehst, fass ihn niemals an. Doch was passiert, wenn du ihn anfässt? Doch. Der Stein kostet bestimmt 1000 Euro. Vorher. Wenn du diesen Hasen süß findest, abonnier den Kanal. Dieser Mann hat einen ziemlich... Ich habe einen ziemlich coolen Stein gefunden, der in ganz vielen verschiedenen Farben leuchtet. Aber was ist das für ein Stein und warum sollte man ihn nicht anfassen? Dieser Stein ist ein Amethyst und besteht aus ganz vielen leuchtenden Steinen. Und ist damit ein echtes physikalisches Wunder. Doch wenn du ihn falsch berühren solltest, passiert etwas Unglaubliches. Okay. Es kann sein, dass der Stein seine Farbe verliert. Wenn du diesen Stein... Das ist eine Lüge. Das ist, glaube ich, eine Lüge, oder? Hundertprozentige Lüge. Mit wem bist du hier, mein junger Freund? Zuschauer ruft seinen Vater. Mit deiner Mutter. Oh, das ist süß. Wer hat aber die Karten besorgt? Du oder die Mutter? Ich habe die von meinem Dad zu Weihnachten vor zwei Jahren gekriegt. Vor zwei Jahren? Und die kann man noch einlösen? Die? Hat der zwei Jahre geplant? Oder wie war das? 2022? Was sollst du nicht mitbringen? Der wollte lieber grillen. Vater wollte lieber grillen. Paar Würstchen anbraten, ohne dass jemand zu Hause ist. Natürlich. Beste. Ruf ihn an. Gib dein Handy. Wie heißt denn dein Papa? Klaus. Aber nenn ihn das jetzt Klaus Clemens. Digga, irgendjemand aus von den Zuschauern. Klaus Clemens! Klaus Clemens! Klaus Clemens. Warum soll ich deine Farbe so nennen? Ich will nicht verbrügelt werden. Wie bist du denn drauf? Was gibt's? Ja, hi Klaus. Dein Sohn ist bei Wer wird Millionär? Aber Klaus, ich war ein bisschen enttäuscht. Du willst lieber grillen, als bei mir zu sein? Ja, natürlich. Schmeckt besser. Schmeckt besser, okay. Hör mal zu, Klaus Clemens, ja? Aber ist es nicht so, hat dein Sohn nicht ausgewählt, wenn er mitnehmen will? Der hat irgendjemand gewählt, aber ich hatte halt... Das ist deine Frau. Das ist... Wir nehmen dich an. Der hat irgendjemand gewählt und er geht hin. Digga, was hast du gemacht? Du, was hast du gemacht? Guck dem seine Hände. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist nicht deine Frau. Das ist nicht deine Frau. Ach so. Ich hab... Ich kenn die... Ich weiß noch nicht, was bei euch ab geht. Der... Was hat das... Hä? Hä? Der hat doch gesagt, mit seiner Mutter. Und das ist sein Dad. Aber das ist doch die Frau. Oder? Ah, die sind vielleicht nicht mehr zusammen. Okay, welche Sternzeichen bin ich heute? Du bist Sternzeichen? Ich hoffe, ich bekomme ein Rote. Wie, heute? Skorpion. Kann man sein Sternzeichen jeden Tag aussuchen, oder wie... Wie läuft das hier? Skorpion. Oh, cool. Hey, Leute. Patrizier, hast du das schon gehört? Antonia hat ein Gerücht über dich in die Welt gebracht. Okay, und was hat sie erzählt? Sie hat erzählt, dass du mit dem Englischlehrer geschlafen hast. Ist nicht wahr. Ist nicht schlimm. Also... Weiß jemand die Lösung von Aufgabe 8? Irgendjemand? Na gut, dann werde ich jetzt irgendjemanden auswählen. Patrizier. Warum haben sie mich gewählt? Hier gibt es doch so viele andere Schüler. Und dann mussten sie natürlich genau mich wählen. Bro, was ist das, bitteschön? Ich check hier gar nichts. Sind Skorpione einfach so, dass Leute Gerüchte über die in die Welt setzen? Dann werden sie in der Schule geru... Was? Unfassbar. Hast du schon von Lukas Party gehört? Ja. Habe ich. Habe ich. Okay, gehst du hin? Nein. Die ist an einem Freitagabend. Ja, der perfekte Tag, um zu einer Party zu gehen? Ähm, nein. Also, dann gehe ich denn lieber nach Hause, gucke ein paar Zeichentrickserien und schlafe. Will die damit sagen, dass Skorpione einfach langweilig sind? Habe ich, das habe ich jetzt davon verstanden. Sind Skorpione wirklich langweilig? Kein Plan. Wie schmeckt die beste Pizza der Welt? Dafür sind wir extra nach Italien geflogen. Ganz normaler Dienstag. Angekommen in Neapel, hier soll es wohl die beste Pizza der Welt geben. Dann mussten wir über eine halbe Stunde warten, bis wir Ende... Also, das kann wirklich wahr sein. In Italien gibt es, glaube ich, krasse Pizzen. Ich war bloß noch nie da. Aber da heißt es auch Pizze... Pizzeria. Passt doch. ...ein Tisch bekommen haben und dann endlich dran waren. Und dann hing dann einfach ein Bild für eine random Frau. Kennt ihr die? Neben uns war es einfach... Jennifer Lopez, Dicker. Das war Jennifer Lopez. Jennifer Lopez war einfach da. Dann ist die Pizza richtig gut. Und die hat noch unterschrieben. Ganz allein ein etwas älterer Herr, da habe ich ihn einfach zu unserem Tisch eingeladen. Wir wurden echt beste Freunde. Dann kam aber auch endlich die Pizza und die war echt eine 10 von 10. Die sieht aber ein bisschen trocken aus. Also der Rand zumindest. Wie schmeckt die beste Pizza der... Also war eine 10 von 10. Muss ich mal hingehen. Also Pizzeria de... Da... Mique... 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 Ich scheck's nicht. Aber Filet-O-Fisch... Is underrated. Is so was von underrated! Is so was von underrated, man... Cesar Salat ist leider alle. Aber ihre Warnverspätung reicht sicher dafür aus, dass neue Salate nachwachsen. Was? Ihr Burger schmeckt komisch? Das kann an unserer neuen Mitarbeiterin liegen. Ja, wir waren unterbesetzt und haben deswegen die Crack-abhängige Obdachlose hinter dem Container eingestellt. Klar, haben wir noch Happy Meals. Unsere Spielzeuge werden gesponsert vom Fundbüro der Bahn. Heute gibt es eine alte Zahnprothese und das Buch Conny erkundigt die Heroin-Hotspots. Suchen Sie sich eins aus. Und da kommt ja mein Lieblingsbahnhof-Bettler. Reicht es jetzt endlich für eine kleine Tüte Pommes? Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das wirklich am Hauptbahnhof so krass, der McDonalds? Ich weiß es nicht. Ich gehe nämlich nicht zum Hauptbahnhof McDonalds. Ich war da noch nie. Was? Ihr Tisch ist dreckig? Ich werde gleich die Reinigungskraft rufen. Ach warte, das bin ja ich. Das macht dann 4,99. Ach Dreck, die Kasse hat spontan den Streik ausgerufen. Tja, schade. Hallo, Mann. Also ich weiß gerade nicht, ob ich schlauer geworden bin oder dümmer. Aber ich tendiere erst... Ich kann doch nicht mal gescheit reden. Schaffe dir Kinder an, dann hast du einen Sinn in deinem Leben. Okay, das schockt mich jetzt irgendwie, dass anscheinend noch so viele Leute glauben, dass man nur einen Sinn in seinem Leben hat, wenn man Kinder bekommt. Ganz ehrlich, ich liebe Kinder. Nö, das stimmt nicht. Kinder, aber in mein Leben passt momentan, ganz ehrlich, kein Kind. Aber ich verstehe, wenn man... Warum? Mit dem Kind die Berge anschauen, Schnee, Schlitten fahren, passt, oder? Jedes Kind liebt Schlitten fahren. Hier, direkt von oben, von der Spitze runter. Mit 500 kmh. Man sagt, ja, wenn man ein Kind hat, dann hat man einen Sinn. Man hat endlich einen Grund zu kämpfen und nicht... Aber wer hat diesen Spruch erfunden, Digga? Ich glaube, das ist nur für das Video hier. ...aufzugeben, weil man das Kind halt liebt. Reden wir mal kurz darüber, dass ich erst 18 bin und mein momentaner Sinn im Leben. Es ist einfach, nur glücklich zu sein. Es ist so simpel, aber... Du siehst aus wie 14. Wirst du wirklich 18 oder sagst du das nur für das Video? Es ist es. Mitte oder ohne Kinder, der Sinn des Lebens ist ein Rätsel. Schaffe den... Ja, geh lang. This is bamboo drifting, which is very popular in China. Because the people there do not use boats to cross the river, but use hollow thick bamboo, which can easily lift a load of 100... Das ist ein Baumstamm nur. Bamboo, Baumstamm. Und da drauf gleiten die? Crazy. Krass, ey. China, Asien, einfach nur verrückt. Also die Technologie da unten einfach nur bombastisch. In 50 Kilogramm. The special thing about it is that not everyone can do it. Rather, one has to practice for years to learn it. Because it is very difficult to balance on this bamboo. Guck dir das an, Digga. Ich kann euch mal auf dem Bürgersteig, auf dem kleinen Pillar da laufen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber trotzdem, das kleine Teil, ich fall immer runter. Und die sind im Wasser und sind noch nicht mal nass. Wie geht so was? Nur in Asien. Nur in Asien. Spring einfach drauf. This is bamboo drifting. Pff, ich, ich, ich bin bamboozled. Ich muss diese Erdbeere so schneiden, damit ich möglichst viel Erdbeere hier reinbekomme, aber nicht diese Biene mitschneiden. Also ich mach euch das jetzt mal vor. So. Ungefähr so. 35 Prozent, bisschen wenig, Digga. Bisschen besser. Oh, das war schon richtig. Oh, richtig gut. Jetzt probiere ich mal die Biene mit reinzuschneiden. Aber was passiert denn dann? Ah, da werden die braun. Deswegen werde ich jetzt probieren. Digga, wer will eine Biene essen? Wie möglich abzuschneiden. Komm. Und zwar, wenn die Biene ganz oben ist und das Ding auflegen ist. Das müsste dann ungefähr jetzt sein. Nein. King, King. 97 Prozent. Wo finde ich den Filter, bitte? Ich muss diese Erdbeere so schneiden, damit... Stich incoming. Hi Jeffrey Star, I'm a huge fan. I come in peace. I'm a little scared filming this video. You're a cool hack that not a lot of people know. So why I sell lipstick? You said it's 45 dollars and this is how much product it comes with, right? Incorrect. Let's chop this baby off. Jeffrey, you're why I sell lipstick... Habt ihr gerade gehört? Das hat 45 Euro gekostet. Und jetzt einfach abgeschnippelt. The lipstick have a little sticker like this. Peep it off. Put a little brush in it. And then push the product out. There is twice as much as product as you think. Hold on. In this. Hold on. Technically look my little artwork. This is how much product we have with our wire style lipsticks. Also, warum bin ich eigentlich erstaunt? Ich nutze die Kacke gar nicht. Ich habe gerade geguckt, jetzt habe ich das jeden Tag benutze. Mach ich nicht. Vielleicht habt ihr das gewusst. Ich wusste das nicht. Also, ich weiß auch nicht, warum ich das wissen sollte. Guys, don't come from me. Bye. Die größten deutschen Unternehmen. Platz 10. Mercedes-Benz Group. 170.000 Mitarbeiter. Nur Platz 10? Sheesh. ...arbeiter weltweit. Platz 9. Continental. 190.000 Mitarbeiter weltweit. Platz 8. Deutsche Telekom. 210.000 Mitarbeiter weltweit. Platz 7. Deutsche Telekom. Abzocker. Fresenius. 280.000 Mitarbeiter weltweit. Kenn ich gar nicht. Platz 6. Siemens. 310.000... Siemens. Siemens ist doch Staubsauger und so, oder? Siemens Staubsauger. ...mitarbeiter weltweit. Platz 5. Deutsche Bahn. 320.000 Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wann die auf die Arbeit kommen. Steht um 8 Uhr drauf, Digga. Die kommen um 12. Verspätete P... ...weltweit. Platz 4. Edeka Zentrale. 410.000 Mitarbeiter. Edeka Zentrale? So krass unterwegs? Platz 4? Digga, wenn ich zu Edeka gehe, sehe ich maximal 4 Leute arbeiten. Mitarbeiter weltweit. Platz 3. Bosch Group. 420.000 Mitarbeiter weltweit. Platz 2. Deutsche Post. DHL Group. 550.000 Mitarbeiter. Ja, warum ist denn aber meine Post immer so spät, Mann? 550.000 Leute. Ist doch genug, um ganz Deutschland zu... ...ja. ...mitarbeiter weltweit. Bevor wir zu Platz 1 kommen, lass ein Like und ein Follow da. Ja, lass mal ein Like da. Und das größte deutsche Unternehmen mit 675.000 Mitarbeitern weltweit ist Volkswagen. Die größte... Volkswagen auf Nummer 1. Und ich hab ein VW. Aber Volkswagen ist nicht mehr für das Volk. Denn die Dinger sind einfach schweineteuer. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber trotzdem, macht mal die Dinger ein bisschen billiger. Der neue Volkswagen ist Dacia. Vertraut mir einfach. Ist einfach Dacia. Schönen Abend.